Auch wenn das momentane Winter Wonderland auf weiße Weihnachten hoffen lässt, müssen wir uns an diesem Wochenende erstmal wieder vom Schnee verabschieden. Die Temperaturen werden milder. Am Samstag kommt es bei Höchstwerten von einem Grad mittags noch zu leichtem Schneefall. Ab dem dritten Advent verwandeln sich die Flocken allerdings in Tropfen und auch die Sonne bekommt man kaum zu sehen. Bei überwiegend bewölktem Himmel können wir dann am Montag mit Temperaturen zwischen 0 und 3 Grad rechnen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017